Weißt du, woran du jemanden erkennst, der nur vor dir angeben möchte und den du besser nicht ernst nimmst? Ganz einfach. Er sagt dir, ich weiß alles über ein Fachgebiet. Menschen, die sagen, dass sie alles wissen, sind psychologisch auf einer Stufe, dass sie unbewusst inkompetent sind. Den Poser, den erkennst du daran, dass er angeblich alles weiß. Ja, ich habe schon alles über das Gebiet gelernt, alle relevanten Bücher gelesen. Den echten Meister, den erkennst du daran, dass er sagt, mein Wissen, das ist nur ein Tropfen im Ozean. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ich habe gerade erst angefangen. Ich werde niemals mit diesem Thema fertig werden. Da gibt es so viel zu lernen. Lass dich nicht von Posern in ihren Band ziehen, sondern hör auf die Leute, die wissen, was sie nicht wissen. Mehr psychologische Informationen und Techniken findest du auf meinem Kanal.